Weg mit dem Dreck! Bei der Saubande fliegt der Matschball zackig hin und her. Was für eine wilde Schlammschlacht! Jetzt schnell sein! Denn wer von Muttersau mit dem Matschball erwischt wird, kassiert einen Waschstichchip. Und den will natürlich keiner haben. Beim Pfützenfest jedoch beweist ihr Fingerspitzengefühl. Wer die Pfütze trifft, darf wieder einen Chip abgeben. Und wer hat gewonnen? Natürlich das dreckigste Ferkel! Saubande. Genial einfach, actionreich und saulustig. Für 2-4 Spieler ab 5 Jahren.